Hallo, heute bei babyartikel.de etwas ganz besonderes, der Concorde Neo. Er verweist schon durch sein futuristisches Design auf seine neuartigen Funktionen, hervorragenden Komfort und optimale Sicherheit für Ihr Kind. Das komplette Travel System besteht aus einem Sportwagen, einer Babywanne und einer Babyschale. Es ist nicht nur innovativ, sondern auch einzigartig variabel. Der stabile Rahmen bietet Ihnen genügend Beinfreiheit. Auch wenn der hochgewachsene Papa mit seinem kleinen Spazieren geht, kann er großen Schrittes durch die Straßen eilen. Den Schieber können Sie zusätzlich auf Ihre Größe einstellen und in der gewünschten Schiebehöhe arretieren. In Ihrer Griffnähe befindet sich eine Handbremse, über die Sie einfach und bequem die Hinterräder feststellen und so den Sportwagen sicher abstellen können. Die Lufträder sind in einem Kurbelgelenk gelagert, das wie eine Radaufhängung gefedert ist. Mit dem Neo bewegen Sie sich wendig und sicher auch durch enge Zonen. Die verschiedenen Federungen an Vorder- und Hinterrädern sowie die zentrale Torsionsfeder bieten Ihrem kleinen Schatz ein besonderes Fahrgefühl. Selbst an Bordsteinkanten wird Ihr Kind nicht durchgeschüttelt. Die spezielle Federung an den Vorderrädern und der Y-Frame-Achse gleichen ein Hindernis in Richtung des Drucks aus. Es wird spielend überwunden. Auf unebenen Untergründen können Sie die Vorderräder zusätzlich arretieren und ohne Entgegensteuern Ihren Weg beschreiten. Den Neo können Sie mit nur wenigen Handgriffen zusammenfalten. Lösen Sie dafür einfach die Arretierung am Schieber und ziehen Sie das Gestell einhändig zusammen. Mit nur 10,6 Kilogramm können Sie den Neo einfach anheben und in Ihr Fahrzeug laden. Um noch mehr Platz zu sparen, lassen sich die großen Hinterräder einfach entfernen. Den Sportwagenaufsatz können Sie gegen oder mit der Fahrtrichtung aufstecken. Die Neigung der Fußstütze lässt sich zweistufig und die der Rückenlehne vierstufig an die Bedürfnisse Ihres Kindes anpassen. Erreichen Sie die vierte Position, erscheint am Gelenk ein P. In dieser Position können Sie den Neo kompakt zusammenfalten. Auch mit Sportwagenaufsatz weist er handliche Maße auf. Über den Fünfpunktgurt können Sie Ihr Kind sicher an Schultern, Becken und Schritt fixieren. Die Gurtschnalle ist besonders stabil und bruchsicher. An der Rückseite befindet sich eine Kindersicherung. Durch Drehen wird das Gurtschloss zusätzlich gesichert und lässt sich nicht durch Kinderhände öffnen. Der Sicherheitsbügel verhindert zusätzlich zum Fünfpunktgurt einen Sturz aus dem Neo. Nach Lösen der Arretierung lässt er sich einseitig öffnen und wegdrehen oder komplett abnehmen. Das erleichtert Ihnen Ihr Kind hineinzusetzen oder herauszuheben. Dank hoch angebrachten Sitzteils eignet sich der Sportwagen als mobiler Hochstuhl und passt perfekt an den Esstisch. Das Verdeck ist wasserabweisend und hält Ihr Kind bei leichten Regen trocken. An sonnigen Tagen ist das extra lange Verdeck ein praktischer Schattenspender, der mit UV 50 plus vor gefährlicher Strahlung schützt. Die Beine können Sie extra vor schlechtem Wetter und Nässe schützen. Im Sicherheitsbügel ist ein Regenschutz integriert, der schnell über den Fußteil gezogen werden kann. Bei extrem starken Regen- und Schneegestöbern nutzen Sie das Regenverdeck, das Sie komplett über den Neo ziehen können. So steht einem Spaziergang an einem regnerischen, trüben Herbsttag nichts im Weg. Die Babyschale Intense können Sie einfach auf dem Gestell aufstecken. Das Abnehmen ist ein leichter, flüssiger Handgriff. Am Tragebügel befindet sich ein Knopf, der die Arretierung löst. Der Griff ist extra breit, sodass Sie die Babyschale bequem über Ihren Arm hängen und tragen können. Das Ergo-Kompostsystem unterstützt die gesunde Haltung Ihres Kindes in der Sitzenden sowie in der Ruheposition. Die Auflagefläche im Beckenbereich bewegt sich mit und stabilisiert den Rücken. Dank diesem verstellbaren Neigungswinkel können Babys in den ersten vier Monaten ausgestreckt liegen, damit sich die Lunge und die Atemwege optimal entwickeln können. Ein besonderes Extra ist die Tri-Zone-Ausstattung. Drei Komponenten, die je nach Zone der Babyschale eine andere Funktion aufweisen. Die Liegefläche ist mit einem atmungsaktiven Stoff überzogen, damit sich Ihr Kind wohlfühlt und nicht zu sehr schwitzt. Nach außen hin ist der Bezug robust und hält auch starker Beanspruchung stand. Die Kaltschaummatratze polstert die Sitzfläche weich ab. Um die Babyschale sicher im Auto zu fixieren, kann der Gurt durch den unteren Teil der Schale gefädelt werden. Durch den verkürzten Gurtweg eignet sie sich für alle Fahrzeugtypen. Über ein 5-Punkt-Gurtsystem wird Ihr Kind sicher in der Babyschale gehalten. Sie bietet Rundumschutz bei Aufprallkräften und vor ungesicherten Gegenständen. Die Baby-Trage-Scout kann ebenfalls ohne Adapter auf dem Gestell aufgesetzt werden. Durch Verstrebungen im Kopf, Seiten und hinteren Bereich ist sie besonders stabil. Dennoch überzeugen das leichte Gewicht und die einfache Handhabung. Die Decke schützt an kalten Tagen und kann bei wärmeren Temperaturen einfach aufgeklappt oder entfernt werden. Auch bei der Baby-Trage haben Sie ein Verdeck, das zuverlässig vor Sonnenlicht und gefährlicher UV-Strahlung schützt. Die Kaltschaummatratze passt sich der Position Ihres Kindes an und unterstützt das gesunde Liegen. Besonders beeindruckend ist das Packmaß. Nach Betätigen der seitlichen Knöpfe klappt die Baby-Trage mittig zusammen. Die Seiten können Sie über Gurte heranziehen und fixieren. So passt die Baby-Trage in die kleinste Ecke. Über die seitlichen Tragegurte lässt sie sich einfach transportieren und wie eine Tasche tragen. Der Neo ist in verschiedenen Farbvarianten und als Quantum Edition erhältlich. Sie beinhaltet den Sonnenschirm Sunshine, die praktische Wickeltasche Papa Back und ein Moskitonetz. Der Concord Neo ist ein Muss für alle Eltern, die auf Mobilität und komfortable Handhabung wertlegen und ihrem Kind größtmögliche Sicherheit bieten wollen.